Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video! Ich freue mich schon wieder angeschaltet habe. Ja, mein Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und wir haben schon Insta abonniere. Geht das heute mit RB85 weiter? Ja, lasst mir einen Daumen nach oben. Abonnieren sofort nicht vergessen. Glockenaktivieren nicht vergessen. Und wir starten jetzt direkt mit der Frage. RB85 wird zwischen Lübeck Hauptbahnhof. Und Zugteilung beginnt immer alle 2 Stunden. In diesem Video geht es mit RB85 nach Neustadt-Holstein weiter. Geht das heute mit RB85 Zugteilung. Doppeltretzung eingesetzt. RB85 wird zwischen Lübeck Hauptbahnhof, Neustadt-Holstein. Und andere Zugteile nach Puttgarten. Und ja, Freunde. Das war's mit unserem Video. Kurzes Video. RB85 zwischen Lübeck Hauptbahnhof, Neustadt-Holstein, Puttgarten. In Doppeltretzung eingesetzt werden können. Und ja, lasst mir Daumen nach oben. Abonnieren sofort nicht vergessen. Glockenaktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.